Musik Hallo und willkommen im Hot dem Nachrichtensender Heute bericht mir über das Haus der offenen Tür in Senne Heute zeigen wir euch, was man hier alles im HOT machen kann. Viel Spaß! Musik Was kann man in Hot Sennephy hier machen? Zum Beispiel Playstation spielen oder so. Ja, Bildjahr spielen. Und noch Pamplinen sprengen. Was ist dein Lieblingsspiel? Ähm, Kicker. Und? Und noch Bildjahr. Und was kann man hier in Hot Sennephy machen? Ähm, Pamplinen spielen und Tüpfburg. Kann man hier auch Hausaufgaben machen? Man kann hier Hausaufgaben machen. Hausaufgabenhilfe ist gut. Musik Ich kickere jeden Tag und verfahre. Manchmal unten und manchmal oben. Ja, hallo Paul. Hallo Nermina. Ja, ähm, wenn die Kinder aus der Bahnhochschule, die es ja hier nehmen, die werden ja auch hier abgeholt, ne? Ach du meinst die Kinder, die wir direkt von der Schule abholen? Ja. Ja, einige Eltern, die können leider mittags nicht selber ihre Kinder von der Schule abholen. Und deshalb geht dann ein Mitarbeiter von uns zur Schule und holt dann die Kinder ab und bringt die hier ins Hot. Ja. Gibt's auch nicht. Oh, wir kriegen immer noch neue Kinder. Gerade nach den Sommerferien haben wir ganz, ganz viele neue Kinder bekommen. Das sind meistens Kinder, die jetzt in der ersten Klasse in der Schule sind. Und die kommen natürlich dann hier hin und dann gibt's hier ein Mittagessen für die. Dann machen die ihre Hausaufgaben und danach können die hier noch ein bisschen spielen. Wie gefällt dir das Hot? Ähm, mir gefällt das Hot persönlich ganz super, weil sonst würde ich hier ja auch gar nicht arbeiten wollen. Und ich arbeite hier jetzt ja schon ganz viele Jahre und ich habe auch immer noch ganz viel Spaß an der Arbeit. Ja, aber wie viele Jahre? Insgesamt bin ich jetzt schon fast 30 Jahre hier. Wie ist die Lautstärke? Du meinst hier so jeden Tag, wenn die ganzen Kinder da sind und hier so rumtoben, die Lautstärke? Ja, das ist ja ganz unterschiedlich, ne? Ja, das hängt ja damit zusammen, wie viele Kinder insgesamt dann da sind und wie die Kinder dann drauf sind. Und ab und zu sind natürlich viele mal richtig überdreht und dann kann es manchmal auch für meine Ohren schon ein bisschen zu laut werden. Ja, ähm, und habt ihr euch ja schön verkleidet und du bist ja auch schön verkleidet. Ähm, macht es denn Spaß? Habt ihr schon angefangen? Ja, wir haben schon angefangen. Ähm, wie gefällt dir denn die Party? Gut. Schön geschmeckt? Mhm. Ja. Wie, ähm, wie ist denn die Deko? Beschreib. Ähm, sehr toll und sehr bunt. Ja. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal, euer Hot Nachrichten-Sender. Ciao. 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 Ciao.